Zweite Folge Black Visa Wir fahren immer noch mit unserer schicken Gondel hier, mit unserer schicken U-Bahn-Zug, dass es auch da stehen sollte Also Schiene Und hier geht's jetzt mit der oberen Schiene weiter und das Tor öffnet sich wahrscheinlich gleich Genau Dann geht's weiter Hä? Was ist jetzt los? Schließt sich's wieder hinter uns oder was? Und es bleibt wieder Daten Also die Ladebildschufe passen sich immer in den Kameraperspektive an Auch eine nette Idee Muss man nicht extra welche entwerfen Oh 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 Ladewert für jemandem, mennlich 27 Jahre Ausbildung Physiker Kleine Ahnung mit theoretischer Physik Remember, more lives than yours may depend on your image. Arbeitsplatz, Labor for anormale Materie. Sicherheitsstufe, Level 3. Have a friend or relative, who would make a valuable addition to the Black Mesa Team. Immediate openings are available in the areas of... Material handling and low clearance security. Please contact Black Mesa Personnel for further information. If you have any questions, you have a problem in the areas of... theoretical physics, biotechnology or other high-tech disciplines. Please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. The Black Mesa facility is a very special person. It is actually happening in the areas of the world... Oh no, now it is going down here. The Black Mesa facility has the most recent campfire. ...of the LWA for a bigger bang. Oh, du Scheiße. Hier will ich nie aussteigen. Da sind grüne Lava. Geh smart. Dein Zukunft beträgt davon. Jetzt zu kommen. Sektor C, Testlabs und Kontrollfasche. Jetzt zu kommen. Jetzt zu kommen. Jetzt zu kommen. Jetzt zu kommen. Zähne.